Ich werde meinen Söhnen sagen, dass sie keinen Fußball spielen dürfen, dass erst einige Dinge passieren müssen. Ich werde es ihnen erklären, ein bisschen wissen sie sowieso schon. Sie müssen jetzt einfach geduldig sein. Sie wurden hier geboren und sind hier aufgewachsen. Es ist absurd, dass sie hier nicht Fußball spielen dürfen. Wir können jetzt nur hoffen, dass dieses Problem so schnell wie möglich gelöst wird. Natürlich schätze ich den internationalen Sportgerichtshof, aber trotzdem finde ich, dass diese Strafe absurd und unfair ist.